Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich etwas von The Maltman, Blended Malt Scotch Whisky, 97er Vintage, okay, alles was hier drin ist muss aus dem Jahrgang 97 sein, das ist hier 23 Jahre alt, also ganz hat es nicht auf 24 geschafft, weil es 2021 abgefüllt wurde, und das ist hier von The Finest Maltes von McCallan. Uh, muss teuer sein, Diensten, uh, ein Tobamori, aha, interessant, ich habe tatsächlich 138 Euro, 50 dafür bezahlt, Whisky Base Nummer 192711, das war ein bisschen, ne, wird nicht besser werden, antiklimatisch, und ich habe absolut kein Problem damit, Blended Malt zu trinken, ich finde sie sogar manchmal auch ganz gut, Gut, es muss nicht ein Single Malt sein, was heißt ein Blended Malt? Blended Malt heißt dann Single Malt aus zwei oder mehreren Brennereien zusammen vermehlt, häufig hat der Master Blender ein kleines bisschen sein Fingerchen drin, und kann dadurch hier wunderbare Dinge kreieren. Ähm, jede Brennerei hat auch natürlich seine eigenen Fässern und kann dann da auch zusammen vermehlen, ähm, hängt viel mit Fass zusammen, aber manchmal ein Blended Malt Scotch Whisky hat dadurch mehr, ähm, wie Geschmacksrichtung, ein bisschen Gewürze, man hat nicht nur Salz oder nicht nur Pfeffer oder nicht nur denn hier Rosmarin oder nicht nur denn dieses, man hat ein bisschen, kann man mixen, kann man Kräuter de Provence erstellen, und das kann super schön sein. So, ähm, 1086 Flaschen, so 138 Euro, nicht günstig, gibt's immer noch, es kam tatsächlich September 2021 auf den Markt, also ein halbes Jahr später, viele, viele Shops haben das, da steht McCallum drauf, Leute, es ist 138 Euro, und es ist 23 Jahre alt, das Zeug könnte 230 Euro kosten, und man würde es trotzdem noch wahrscheinlich, ähm, kaufen, vielleicht ist das der Problem, vielleicht ist diese Whisky zu günstig, wer weiß, wer weiß, ein kleines Hacken an der Sache ist 45,8%, und hier steht, ähm, tatsächlich, non-chilled filtered, yay, natural color, yay, and natural strength, also das heißt, nach 43 Jahren ist diese Whisky schon dann auf 45,8% runtergekommen, was mich ein bisschen genervt hat, also mich ist es nicht so schlimm, aber guck mal, diese Label haben sie einfach verkehrt rum drauf getan, also hier, Import ist dann dort bei Albe Import, so, und da, The Mopeman, also The Mopeman ist für mich immer noch so, eine der ganz wenigen Brenner, ähm, ne, unabhängige Abfüller, die ich blind vertraue, äh, nicht alles kaufe ich denn da, wenn da steht, zum Beispiel ein, ähm, Legic, würde ich einfach sagen, ist nicht für mich, aber bei so etwas, habe ich gedacht, da würde ich gerne dabei sein, womit möchte ich es vergleichen heute? Ding, 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 also wir haben hier, von, äh, Spheric Spirits, der 1900, ähm, genau, Entschuldigung, wir haben von Spheric Spirits, der 1988er, um, blended malt, der ist 31 Jahre alt, das ist von 97, das ist hier von 88, wow, also wir sind bei 43,1% und das war ein First Fill Bourbon Barrels mit 600 und 55 Flaschen davon, ich kriege die Flasche auch hier für 170 Euro noch online bei Whisky Base, ich habe noch keine Information, was die ursprüngliche Preis war, habe ich nicht aufgeschrieben, also, ähm, Benedikt, danke nochmal hier für unser Sample, ähm, das ist ganz cool, wir haben gemeinsam einen Livestream da gemacht, gut, das kommt einfach in der Mitte hier, ihr seht die Flasche, ihr seht hier die Flasche, also, super, das erste, was auffällt, Farbe, hell, also Bourbon, hier, das muss Sherry dabei sein, Leute, also, war der McCallan in Sherry, war der Deanssen in Sherry, war der Tobermory in Sherry, also, mehr Informationen kriegt man hier nicht, also, das ist ein bisschen was da, wo das, ein bisschen unser Beispiel hinkt, aber, da muss man einfach ein bisschen so diesen Sack in, Kau, eine Katze im Sack kaufen und sagen, okay, ich weiß die Brillereien, wir kamen, Diensten in Tobermory, aber darüber hinaus, nö, also, dieses Geheimnis bleibt hier bei Master Blender, Oh, also, ich sag schön, ich sag alt, ich sag Leder, Möbelpolitur, ein bisschen Kirschblüten, oh, ja, also, ich bin erstmal dort abgeholt, wo ich sein will, also, für die 138 Euro, Oder 134, es gibt es jetzt schon bei ein paar Läden, bin ich hier absolut voll in den Bahn von diesem Whisky gekommen, 23 Jahre, Mensch, also, 134 Euro, Das kann man hier tatsächlich machen, Tabak, Tabak, ein bisschen Leder, Pflaumen, Kirschen, würzig, sehr, sehr schön, Like, I like, I like, hier, unser Spheric Spears, Spheric Spirits, anders, also, da kommt hier dieser Bourbon-Moment durch, ein bisschen dieser wachsige Moment, Da hat auch ein bisschen Funk, auch ein bisschen hier was Schönes dabei, Oh, das hier, ähm, die dunklen Sherry-Noten sind viel, viel prägnanter dann da, Sehr, sehr gut, wachsig, fruchtig, vanillig, gut, So, wir haben beide nicht unbedingt die protzige Faschstärken, es ist nicht 55, es ist nicht 60, Es ist hier tatsächlich, was wir haben, ist denn dort 45,8, und mehr kriegen wir nicht, Und das finde ich absolut okay. Tschüss! Hinten raus, ein kleines bisschen Eichenwürze, Orange, Beeren, Tabak, Zwei minus, sehr gut, aber ich habe ein Zwei plus erwartet, Das ist auch mal, also mein Gesichtsausdruck ist erstens, was sind drei minus, nein, das ist ein Zwei minus, Ich habe, wow, erwartet, ich habe, gut bekommen, Gut, Und ein bisschen vielleicht ist das unser Problem, der ist relativ, kann man sagen, glatt gebügelt, Der ist schon sehr rund und in sich einfach mal, da sind kaum Ecken, da sind kaum Kartenkanten hier, Honig, Würzig, Karamellig, Nice, Aber nur der kleinen Brüder von Tsch, nein, so schlimm ist es nicht, es ist ein guter, guter Whisky, Richtig altes Holz, also, schön, wenn man danach sucht, also, wenn man wirklich old school Whisky ein bisschen sucht, hier ist man, kann man fündig werden, Und für den Preis für 138 Euro, heute sage ich, was, ein Schnäppchen, Ich bin echt immer überlegen, diese getrocknete Früchte, ist ein bisschen wie Weingummi-Moment da drin, Gut, noch ein zweites Mal, Süßer, als ich erwartet habe, Auch am Ende, diese holzige Moment, Viele rote Früchten, Bissens so diese altmodische Sherry-Momente sind da drin, Rauch, Fehlanzeige, Asche, Fehlanzeige, Bisschen Walnuss Ja, also zwei Minus, Leute, ja, preislich, Kann ich ein 3 geben für ein 23 Jahre altes Whisky mit 138 Euro? Nein, drei Minus, also, das ist ein Whisky, den Nerds kaufen sollen, das ist ein Whisky, wenn du irgendjemand beeindrucken möchtest und sagst, hey, ich habe 150 Euro, es sollte alt sein, was kann ich kaufen? Also, kauft euch lieber, wenn es ein Geschenk sein sollte, eine, also, ich glaube, man kriegt sogar ein Glen Farkless 25, jetzt noch für das, für 150 Euro, Glen Farkless. So, die ziehen auch die Preise an, deshalb, also, ja, 150 Euro, genau, da würde ich lieber ein 25 Jahre alte Glen Farkless vielleicht kaufen da, aber hier, guck mal, 23 Jahre alt, 138, Glen Farkless 25 Jahre alt, 148, also, von daher ist das ungefähr richtig, ähm, bin der Preis jetzt hier, wo es sein sollte. Und deshalb auch ein 3 Minus, das ist kein Schnapper, das ist viel Geld, und das, was gegeben wird an Geschmackserlebnis, ich habe mehr erwartet, und das ist mein Problem dabei. Okay, gut, wir gehen hier rüber, zu unserer Spheric Spirit, 1988er Blend, manche Leute sagen Teaspoon, eigentlich, gutes Zeug. Tag und Nacht, das ist sogar noch wässriger, also, hier bin ich einfach, eindeutig hier da, da ist zu wenig von diesem wunderschönen alten, ähm, Bourbon Fässern Moment da drin, die ich manchmal so kenne, ich denke an Diensten, ähm, mit deren Decades, das war, wow, ein Moment, das hat das hier nicht. Ähm, das würde tatsächlich das toppen, also, cool, interessant. Mann, darf ich ja heute alte Whiskys hier trinken. Jahrgang 97, wow, also, meine Kinder waren damals 2 und, ähm, 5. Oh, wow, 97, das war ein Jahr. Und hier ist sogar das Jahr 88 da, wo ich nach Deutschland kam, da war ich damals 18. Uh, wow, das ist schon lange, lange, lange her. Und, ähm, ich finde Blended Modes super. So, welche Blended Modes könnt ihr empfehlen? Was ist da draußen, was ich bisher noch nicht verkostet habe? Also, Johnny Walker, Green Label, 15 Jahre alt, habe ich schon verkostet. Was könnt ihr noch empfehlen an Blended Modes, die ich noch ein bisschen, denn, auf, im Radar, auf dem Visier haben sollte? Wäre meine Frage an euch. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Danke, 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 dass ihr liked, danke, dass ihr abonniert und danke, dass ihr Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe sind und bleibt. Also, hier wurde die Flasche gänzlich verteilt. Auch ein Vorschlag aus jemand aus meiner Gruppe. Wer super Fan ist, kann Flaschen vorschlagen. Auch danke nochmal dafür. Alles Gute, bis dahin, Whisky Jason, ciao. Vielen Dank.